Herzlich willkommen zu den Highlights der Speed Admin Academy. Obwohl die Hauptsprache unserer Akademie-Webinare hauptsächlich Englisch ist, besteht die Chance, dass es auch auf anderen Sprachen stattfinden kann. Aber keine Sorge, wir sind fest entschlossen, Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung zu stellen. Das Kernanliegen der Speed Admin Academy ist es, den Austausch von Ideen zur Förderung von Inspiration zu ermöglichen. Wir streben danach, eine Plattform zu schaffen, die über Grenzen hinweg reicht und die Gelegenheit bietet, inspirierende Persönlichkeiten zu erleben. Gäste teilen eine tiefe Leidenschaft für Musik- und Kunsterziehung und bringen ihre außergewöhnlichen Ideen und Erfahrungen ein. Die Welt der Musik- und Kunsterziehung zeichnet sich durch so viele bemerkenswerte Entwicklungen aus. Unser Ziel ist es, einige dieser Sensationen in kompakte Quellen der Inspiration zu verwandeln. Mit Hilfe von Webinaren, Diskussionen und Artikeln möchten wir eine Schatzkammer bereichender Inhalte zusammenstellen. In dieser Folge stellen wir euch einen großartigen Schlagzeug- und Bandlehrer aus Smolde in Norwegen vor. Knut Morten Korevik. Knut Morten ist ein Experte im Bereich digitaler Tools und Videointegration im Band- und Schlagzeugunterricht. Dank seiner langjährigen Erfahrung hat er die Art und Weise, wie er seine Schüler unterrichtet, revolutioniert. Als er Zugang zum Study Planner erhielt, veränderte sich es grundlegend. Das Study Planner ermöglichte es ihm, seine Inhalte nahtlos zu strukturen und den Austausch mit seinen Schülerinnen völlig neu zu gestalten. Das war der Beginn einer dynamischen Videoreise im Unterricht, während Schulung und sogar bei Konzerten. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Erkenntnisse. Videobasierter Unterricht bezeichnet die Unterrichtsformen bei der Lehr- und Lernaktivitäten hauptsächlich mit Hilfe von Videoinhalten durchgeführt werden. Diese Methode bietet den Schülerinnen eine visuelle Unterstützung neben den schriftlichen Notizen und stellt somit eine effektive Möglichkeit dar, Wissen zu vermitteln. Durch den Einsatz von Videos erhält man einen umfassenden Leitfaden, der durch die essentiellen Elemente eines Musikstücks führt. Kein Rätselraten mehr, man weiß stets, wo genau man sich befindet. Die Aufteilung eines Stückes in kleine Segmente erleichtert das gezielte Üben einzelner Abschnitte, bevor alles zusammengeführt wird. Dies gewährleistet den richtigen Fortschritt für alle Schülerinnen. Es hilft visuell zu erklären, wo Schlagzeugstöcke, Finger und so weiter platziert werden sollen, je nachdem welches Instrument verwendet wird. Es ist wichtig zu betonen, dass die Videos visuell führen, aber das Hauptaugenmerk auf dem Gehör liegt. Die ständige Verwendung von Notenblättern ist nicht zwingend erforderlich. Der Beat, die Melodie, der Rhythmus, darin entsteht die Magie. Also, ohne im Zentrum werden wir die visuelle Dimension der Musik erkunden, ohne ihnen die Hauptrolle zu entziehen. Es kann im Unterricht verwendet werden. Die Verwendung eines großen Bildschirms fängt den visuellen Fokus und ermöglicht es, sicherzustellen, dass die Konzentration der Schülerinnen an der richtigen Stelle ist. Das Video kann auch im Konzertsaal verwendet werden. Es kann als Unterstützung für neue Schülerinnen verwendet werden, wo Teile als Playback gespielt werden, aber auch, um Schülerinnen verschiedener Niveaus die Möglichkeit zu geben, zusammen zu spielen. Es kann auch ein unterhaltsames Element für das Publikum sein. Es ist möglich, zu Hause zu üben, da die Videos von überall zugänglich sind. Dies schafft keine geografischen Hindernisse und der Unterricht ist für alle flexibel. Die Videos motivieren, da die Schülerinnen auf einer interaktiven Plattform die Theorie in der Praxis erleben und die Videos sich dem unterschiedlichen Lerntempo anpassen können. Die Schülerinnen können das Video nach Belieben zurückspulen, anhalten oder beschleunigen, um es ihren individuellen Vorlieben anzupassen und so schneller zu lernen. Im Grunde geht es nicht nur darum, alleine zu üben. Es geht darum, die Freude am Lernen zu steigern, indem man sie mit anderen teilt, sie motiviert und den gesamten Lernprinzess zu einer großartigen Erfahrung macht. Die folgenden Tipps können dabei helfen, mit dem effektiven, videobasierten Unterricht zu beginnen und den Unterricht für die Schülerinnen attraktiv und informativ zu gestalten. Als erstes müssen die Inhalte festgelegt werden, die in dem videobasierten Unterricht behandelt werden sollen, einschließlich der Musikstücke, Instrumente und Themen. Auf der Grundlage des Unterrichtsplans wird dann die geeignete Ausrüstung wie Instrumente, Mikrofone und Kameras ausgewählt. Mit einer effektiven Beleuchtung können die Schlüsselelemente hervorgehoben werden, zum Beispiel das Pedal eines Schlagzeugs oder die Finger am Klavier. Eine gut platzierte Beleuchtung lenkt die Aufmerksamkeit auf wichtige Techniken und Details. Durch die Verwendung eines einfachen Kamerastativs oder einer einfachen Befestigungsmethode wird die Sicht für die Schüler optimiert. Das Experimentieren mit verschiedenen Blickwinkeln bei gleichzeitiger Einfachheit stellt sicher, dass der Unterrichtsinhalt ohne unnötige Ablenkung vermittelt wird. Die Verwendung von visuellen Effekten, wie zum Beispiel Filtern in iMovie, sorgt für eine gewisse Auflockerung ohne den Kern der Lektion zu überschatten. Auf diese Weise können Videos ansprechender gestaltet werden, ohne den Fokus auf den Lerninhalt zu verlieren. Macht es euch einfach. Nutzt das KISS-Prinzip und bedient euch verfügbare Apps und Programme, ohne den Prozess zu verkomplizieren. Konzentriert euch darauf, voranzukommen und Erfahrung zu sammeln, anstatt lange an einem Video zu verweilen. Videobasiertes Lernen fesselt die Schülerin durch visuelle und auditive Reize, wodurch das Lernen dynamischer und spannender wird. Dieses erhöhte Engagement führt zu einer gesteigerten Motivation, was wiederum zu einem stärkeren Wunsch führt, den Stoff zu üben und zu beherrschen. Schülerin, die sich mit videobasiertem Lernen beschäftigen, neigen dazu, mehr Zeit in das Üben des Gelernten zu investieren. Dies erhöht die Übungszeit und führt natürlich zu einer Verbesserung der Fertigkeiten. Einer der bemerkenswerten Vorteile des videobasierten Lernens ist die verbesserte Entwicklung der Fähigkeiten, Noten zu lesen. Visuelle Demonstrationen in Verbindung mit aufschlussreichen Erklärungen vermitteln den Schülerinnen ein umfassendes Verständnis davon, wie sie das Material interpretieren und navigieren müssen. Die Kombination aus präzisen Erklärungen, visuellen Hilfen und spannenden Inhalten komprimiert den Lernprozess. Diese effiziente Lernmethode ermöglicht es den Schülerinnen schneller zu verstehen und zu lernen, was zu einer höheren Lernrate in kürzerer Zeit führt. Die Erstellung von Unterrichtsmaterialien erfordert Zeit und Aufwand. Aber der wichtigste Schritt ist, einfach anfangen. Man sollte auch nicht zögern, bereits vorhandene Materialien zu nutzen oder weiterzugeben. Anschließend möchten wir dazu ermutigen, sich bei Interesse an einem Wissensaustausch beim Geben von Feedback oder auch aus reiner Neugier mit Knutmonten in Verbindung zu setzen. Er ist erreichbar per Mail unter knut.karewig.molde.kommune.no Kennt ihr jemanden, der wertvolles Wissen teilen will? Wir suchen nach Lehrkräften im Bereich Kunst, Theater, Tanz, die Lust haben, bei der Speed Academy dabei zu sein. Kommen Sie in der Zeit vom Geben von Feedback Keller aufhebenen Lern時 an. Vielen Dank.